Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal vom Sozi Modding Team. Ein kleines neues Tutorial und zwar zum vor ein paar Tagen erschienen den Wardrobe Plus Mod. Dieser Mod fügt die Möglichkeit hinzu, dass ihr eigene Designs, z.B. auf T-Shirts und Kappen hinzufügen könnt. Aber leider halt auch nur auf diesen Sachen, z.B. nicht für Hosen oder so. Aber was genau ihr alles skinnen könnt, das schauen wir uns gleich noch an. Auf jeden Fall könnt ihr euch, wie gesagt, z.B. hier so ein Custom Sozi T-Shirt erstellen. Hier vorne ein Sozi Logo drauf, hinten Feuerwehrschriftzug. Und das Ganze funktioniert aber leider auch nur für PC und Mac. Da es ein Skript Mod ist und das gibt es halt einfach auf Konsole nicht. Und auf Konsole habt ihr halt auch einfach nicht die Möglichkeit mit irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen und so rumzuarbeiten. Aber wie genau das alles funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an. Aber dafür müssen wir einmal kurz aus dem Spiel raus ins Internet gehen. Zuerst müsst ihr euch den Wardrobe Plus Mod aus dem Mod Hap herunterladen. Download Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Hier klickt ihr einfach einmal auf Download und die heruntergeladene ZIP-Datei könnt ihr euch erstmal so in den Mod Ordner tun. Das ist ganz wichtig, dass sie erstmal vorhanden ist. Dann könnt ihr diese ZIP-Datei mit einem File Manager, z.B. 7zip, öffnen oder einfach entpacken. Dann geht ihr hier unter Sample Mod und habt ihr hier den FS32 Wardrobe Plus Basic Mod. Diese ZIP-Datei zieht ihr euch immer raus, entweder mit dem File Manager oder ihr entpackt halt diesen Ordner hier. Und dann geht ihr dann da zum Simple Mod und holt euch die ZIP-Datei raus. Diese ZIP-Datei hier, den Basic Mod, müssen wir dann auf jeden Fall entpacken. Das ist auch mit 7zip. Kostenloses Programm ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dann können wir diesen Ordner erstmal benennen, wie unser Mod heißen soll. Und zwar ist das jetzt der Mod, in dem wir unsere eigenen Kleider hinzufügen. Dieser Mod hier ist erstmal so der Mod, wo eigentlich das Skript dafür enthalten ist, dass das überhaupt funktioniert, dass man eigene Kleidung hinzufügen kann. Und dann können wir uns so viele Mods, wie wir wollen, erstellen, durch die extra Kleidung eingeladen wird. In meinem Fall möchte ich mir jetzt Sosi-Kleidung erstellen. Nenne ich mir diesen Mod einfach mal Sosi-Kleidung-FS22-Sosi-Kleidung. So, da können wir jetzt reingehen und die Mod-Disk-XML mit Notepad++ öffnen. Wie gesagt, alle Programme sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sind alles kostenlose Programme, die ihr euch runterladen könnt und die ich auch sehr gerne nutze. In der Mod-Disk können wir uns jetzt erstmal mal, wenn wir euch bei den Autoren mit eintragen, das ist aber eigentlich relativ irrelevant. Da steht ja halt einfach im In-Game-Mod-Hub, bei der installierten Mod steht halt dabei, von wem der Mod ist. Und ja. Dann können wir erstmal unseren Titel festlegen, dass man halt auch in der Mod-Auswahl sieht, was das überhaupt für Mod ist. Schreibe ich jetzt mal rein, Sosi-Kleidung-FS22-Sosi-Kleidung. Denn es ist jetzt hier der englische Titel. Wir können aber auch einen deutschen hinzufügen, indem wir hier einfach einmal das gleiche für EN-Nummer mit DE hinschreiben. Sosi-Kleidung. Wir lesen das hier wieder mit einem Slash DE. Muss im Endeffekt genauso formatiert sein wie hier oben halt einfach. Dann können wir noch eine Description hinzufügen, eine Beschreibung, die halt im In-Game-Mod-Hub angezeigt wird. Ist halt nicht so unbedingt erforderlich, wenn man das sowieso nur privat für sich selbst macht. Aber wenn man es zum Donutstellen möchte und ein bisschen mehr Info geben möchte, kann man das da auch mit eintragen. Hier kann man auch entweder auf Englisch, kann dann diesen Teil hier bearbeiten, kann man reinschreiben, was man will. Kann man hier auch über mehrere Zeilen gehen und alles, alles möglich. Man kann diesen Teil auch kopieren und hier auch nochmal das EN durch DE austauschen. Und ja. Dann können wir als nächstes mit dem Icon weitermachen. Zu diesen Sachen hier unten kommen wir gleich nochmal. So, und zwar das Icon können wir hier mit Paint.net verarbeiten. Wie gesagt, auch in der Videobeschreibung verlinkt das Programm. Und dort können wir jetzt ein Icon festlegen, welcher im In-Game-Mod-Hub angezeigt wird, aber halt auch bei der Mod-Auswahl. So, ich mache jetzt einfach alles erstmal hier schön blau und nehme mir jetzt hier einfach mal hier weiß und schreibe da drauf. So sie. Leidung. Bisschen zentrieren, bisschen fett. Größere Schrift. Ja, finde ich ganz schön. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen, aber es ist halt einfach schöner, damit man weiß, was es geht, wenn man es in der Mod-Auswahl sieht. So, dieses Icon speichern wir hier einmal mit STRG-S, wählen hier oben BC1DXT1 aus, deaktivieren die Midmaps beim Icon, drücken auf OK. Können das schon erschließen und können dann in Textures gehen und sehen hier einige interessante Textures. Und zwar sehen wir hier im Endeffekt alles, was wir halt mit diesem Mod umscannen können. So haben wir jetzt zum Beispiel eine Basecap, eine Mütze, ein Hoodie, noch eine andere Mütze, ein Poloshirt, nochmal einen anderen Hoodie. Zwei T-Shirts-Varianten, einmal für Frauen, einmal für Männer und auch eine andere Mütze. In meinem Fall möchte ich jetzt erst mal das Poloshirt umscannen. Ich mache das jetzt am Beispiel des Poloshirts, aber in der Endeffekt funktioniert das für alle Sachen gleich. So, und zwar müssen wir uns jetzt dafür die Poloshirt-Diffuse öffnen. Das ist die Haupt-Texture-Datei, wo wir zum Beispiel jetzt ein Sozi-Logo einfügen können. Dazu gehe ich jetzt hier hin, kopiere mir mein Sozi-Logo einfach mit STRG-C und füge mir das hier mit STRG-V ein. Okay, aber ich möchte das gerne auf eine neue Ebene machen, damit ich es später für die Mask-DDS-File, wozu wir gleich auch noch kommen, was das ist, leichter ist. Und auch weil man Sozi-Logo-Transparenz im Hintergrund hat, müssen wir das auf eine neue Ebene einfügen. So, fügen wir einmal in STRG-V ein und ich sehe das gerne einfach hier hin. Aber, wenn ihr das zum ersten Mal seht, so sieht es vielleicht etwas verwirrend aus. Aber im Endeffekt ist alles in den Sinn. Zum Beispiel haben wir hier vorne die Vorderseite des Poloshirts mit dem Kragen und das ist die Rückseite und das müssen die Ärmel sein. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach einmal ausprobieren, was drauf machen, ingame gehen. Ihr könnt den Mod auch direkt entpackt im Mod-Ordner bearbeiten. Dann müsst ihr einfach nur einmal aus dem Kleiderschrank raus und wieder reingehen und dann ist es direkt wieder aktualisiert. Müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Aber geht eigentlich relativ gut. So, dann hätte ich noch gerne auf der Rückseite hier einmal Feuerwehr stehen. Will ich einmal hier das Text-Tool aus, mache ich sage hier mal rote Farbe, Feuerwehr. Mach das noch einmal dick und ja, sieht doch ganz schön aus. Wie gesagt, es soll kein künstlerisches Meisterwerk sein, sondern einfach nur mal so zum Zeigen. Dann können wir hier einmal auf die Freifläche klicken und sagen hier einmal bearbeiten, Auswahl, umkehren. Also einfach direkt Steuerung I im Endeffekt als Shortcut. Und jetzt müssen wir eine weitere Datei öffnen und zwar die Polo Shirt Mask. So kann sie halt die jeweilige Mask, von der ihr die Sachen bearbeitet. Jetzt kopiert ihr euch halt diese Sachen, die ihr zugefügt habt, indem ihr die auswähl umgekehrt habt, indem ihr das außen rum markiert habt. Fügt das hier auch wieder auf eine neue Ebene ein. Und nehmt euch jetzt einfach nochmal hier in der unteren Ebene mit dem Pipetten-Tool hier oben die blaue Farbe aus der Ecke. Jetzt könnt ihr wieder in die zweite Ebene gehen, habt nach wie vor eure Sachen ausgewählt, drückt dann einmal Backspace und habt dann hier eure Sachen blau eingefärbt. Diese blau eingefärbten Sachen bedeuten, dass an dieser Stelle die Farbwahl nicht funktioniert. Im Endeffekt bestimmt diese Mask hauptsächlich die Farbwahl. Und in diesem Fall ist es halt so, dass alles, was blau ist, von der Farbwahl nicht betroffen ist, was pink ist, kann umgefärbt werden. Das kann bei den verschiedenen Texturen variieren, aber im Endeffekt müsst ihr euch immer an der Farbe orientieren, die hier links oben in der Ecke ist. Die kopiert euch einfach mit der Pipette und färbt eure Sachen in dieser Farbe ein. Jetzt können wir diese Ebenen einmal hier zusammenfügen und drücken einmal STRG-S zum Speichern, wählen hier DXT1 und Mitmaps generieren an, können dann auch hier die Ebene zusammenführen, wählen hier auch DXT1 und Mitmaps generieren an und drücken. Okay, dann können wir noch was Icon ändern, damit wir halt auch im Shop, im Kleiderschrank sehen, was wir uns da eigentlich anziehen. Da könnt ihr euch auch einfach sagen, ihr geht jetzt hin, nehmt euch euer Sozi-Logo oder je nachdem, was ihr halt drauf fügt. Weil ich hier Transparenz mit dem Sozi-Logo habe, muss ich mir eine neue Ebene machen, sodass es sonst ein bisschen komisch aussieht. Fügen wir das hier ein, packen wir das hier einfach aufs Polisher drauf. Das ist jetzt zweimal, weil das, weil ich weiß, einfach einmal die weibliche Ausführung ist, einmal die männliche Ausführung, da hört sich ein bisschen komisch an, aber halt einmal die Version für Männer, einmal die Version für Frauen, halt etwas anders geschnitten und so. Und jetzt weiß ich halt auch im Shop, was, was ist. Diese Ebene mache ich natürlich auch wieder zusammen, ihr dürft immer noch eine Ebene am Ende haben. Und es auch wieder mit STRG S speichern. Wählt in diesem Fall DXT5 aus und bei Icons braucht ihr keine Mitmaps, bei Textur an sich immer Mitmaps, bei Icon-Bildern und Store-Bildern braucht ihr keine Mitmaps. Außerdem braucht ihr DXT1, wenn eine Textur keinerlei Transparenz aufweist, sobald eine Textur etwas Transparenz, also dieses hier karierte, aufweist, müsst ihr DXT5 verwenden. Okay, und so funktioniert das im Endeffekt auch schon. Ihr müsst jetzt einfach nur hier in diesen Hauptordner gehen, alles markieren, zum Beispiel mit 7zip zu einer Zip-Datei hinzufügen, müsst euch dann diesen Mod hier in eurem Mod-Ordner tun und müsst natürlich auch den Hauptmod im Mod-Ordner haben und dann funktioniert das auch schon. Das schauen wir uns gleich ingame an. Aber ich möchte jetzt noch kurz was weiteres erklären und zwar funktioniert das jetzt gerade erstmal nur, weil das sowieso standardmäßig eingebaut ist. Aber was ist denn, wenn wir nicht alles von diesen Sachen hier verwenden wollen oder wenn wir sogar von einer Sache mehreren hinzufügen wollen? Dafür müssen wir jetzt nochmal in die Mod-Desk, denn hier gibt es so einen schönen Abschnitt Closes. Und zwar haben wir hier diese verschiedenen Ausführungen der Sachen und haben hier auch jeweils die Diffuse, Mask und Icon Texture Files. In meinem Fall brauche ich nur das Polo-Shirt. Heißt, ich kann im Endeffekt die ganzen anderen Sachen markieren, STRG Q drücken, hier auch nochmal, also hier STRG Q drücken, um das auszukommentieren, weil ansonsten würden all diese Sachen ingame in der Garderobe angezeigt werden, obwohl die ja standardmäßig auch schon vorhanden sind und ich die ja gar nicht umgewerbt habe, gar nicht umgeändert habe, dass es eigentlich unnötig wäre. Deswegen kommentiere ich die aus und dann werden die nicht geladen. Ihr könnt natürlich auch, um die Mod-Datei-Größe ein bisschen zu senken, die anderen Sachen hier rauslöschen, also im Endeffekt diese ganzen Sachen und diese ganzen Sachen, die ihr nicht umgesinnt habt, rauslöschen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, ich möchte zum Beispiel zwei Polo-Shirts in einem Mod-Hub. Wie geht das? Das geht ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach diese Zeile vom Polo-Shirt, fügt die noch einmal ein und kopiert euch auch hier diese Texture-Files und benennt die einfach um. Heißt, wir sagen zum Beispiel jetzt hier Polo-Shirt, Diffuse, ist ja das Normale und nennen es jetzt einfach mal Polo-Shirt 1 Diffuse. Das machen wir auch mit dem Icon und machen das auch mit der Mask. Und dann tragen wir hier einfach ein Polo-Shirt 1 Diffuse, Polo-Shirt 1 Mask, Polo-Shirt 1 Icon. Und jetzt habt ihr zwei Polo-Shirts, welche unterschiedlich texturiert sein können. Im Endeffekt könnt ihr jede dieser Sachen hier so oft wie ihr wollt einfügen. Und die Sachen, die ihr nicht braucht, könnt ihr einfach hier immer auskommentieren oder direkt rauslöschen, wenn ihr das gar nicht mehr brauchen solltet. Und das gleiche bei den Textures auch einfach rauslöschen oder wenn ihr es einfach so drin liegen lasst, aber es nicht braucht, das ist auch nicht schlimm. Ist halt nur schöner für die Dateigröße. Aber ja, so funktioniert es im Endeffekt. Den Mod, wie gesagt, jetzt als ZIP-Datei wieder machen, zusammen mit dem Hauptmod in den Mod-Ordner schmeißen und dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz ingame an. Einmal ingame angekommen, haben wir auch hier schon das Polo-Shirt mit dem Sozi-Logo drauf. Ja, sieht nicht ganz so gut aus, aber ist ja auch nur zu Testzwecken. Hinten drauf das Feuerwehr. Da hätten wir mit der Mask noch ein bisschen ordentlicher arbeiten können. Zum Beispiel innen drin das nochmal nicht mit drauf machen können, aber das könnt ihr dann nochmal besser machen. Im Shop finden wir das hier im Kleiderschrank. Ganz normal hier bei den T-Shirts haben wir hier das Shirt mit dem Sozi-Logo drauf, das Icon, was wir bearbeitet haben. Können wir halt hier ganz normal auswählen. Farbwahl geht halt auch immer noch. Und ja, was ich noch sagen möchte ist, dieser Mod funktioniert halt nur mit den Sachen, welche halt auch in diesem Basic-Mod mit enthalten sind. Ihr könnt zum Beispiel aktuell keine Hosen skinnen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht vom Modder später nochmal hinzugefügt wird. Aktuell geht es auf jeden Fall noch nicht. Und noch was hier, falls ihr euch fragt, wie ich mich hier gerade so im Singleplayer von außen sehen kann. Das geht mit dem dritten Personen-Mod, auch im Mod-Hub. Kann ich euch auch noch mit in die Beschreibung reinpacken. Ist vielleicht auch mal ganz cool zum Testen und so. Aber ja, das war es im Endeffekt mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, dann habt viel Spaß beim Skinnen eurer eigenen Klamotten. Bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin und ciao, Leute.